Wir sind der FC Paréa Schimmelbusch. Kostenlose Trainingsangebote. Multikulti-Truppe. Hobby-Mannschaft. Integrationsprojekt für ausländische Jugendlichen. Wir sind nicht nur super am Ball, sondern auch super im Miteinander. Dabei stehen Spaß und Teamgeist im Vordergrund. David gegen Goliath. Straßenkicker gegen Werkself. FC Paréa Schimmelbusch gegen Bayern 04 Leverkusen. Also wählt uns und zeigt, dass ein Miteinander wichtig ist. Ganz nach unserem Motto. Eine Perle! Eine Perle! Untertitelung des ZDF für funk, 2017